Hallo zusammen, ich hier ist wieder Otschela und heute wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, das mit Patch 8.2 ins Game kam. Und zwar können wir das einfach als Hordenspieler bei einem Händler kaufen. Und zwar sind wir hier im Vulpira-Versteck. Und das befindet sich auf den Koordinaten 56, 49 in Vuldoon. Und dort haben wir quasi bei dem Rufhändler hier von dem Vulpira einmal ein Toy, das heißt Erkunderswort. Und das ist jetzt quasi einfach von Placid eingefügt worden. Ich meine, es war ursprünglich mal als Belohnung für die Paragon-Kiste drin. Und anscheinend haben sie es dann rausgenommen und jetzt hier wieder als kaufbares Item eingefügt. Und ich würde sagen, wir kaufen uns das mal hier für 1440 Gold. Insgesamt braucht ihr einen Ruf von ehrfürchtig, dass ihr euch das holen könnt. Übrigens, wenn ihr schon hier seid, könnt ihr euch das neue Mount, was auch jetzt mit Patch 8.2 reinkam, auch noch gleich mit ein Tüten, falls ihr die 72.000 Gold ausgeben möchtet. So, ich würde sagen, wir lernen das jetzt einmal und schauen, was das genau kann. Hier haben wir das Erkunderswort. Nehmt Erkundersgabe an. 30 Minuten Abklingzeit. Und ich weiß nicht, was Erkundersgabe ist. Wir probieren das jetzt mal aus. Oh, es kommt ein Blitz. Und ich habe eine Dialog-Bubble. Wir alle sind Erkunder. Kommt. Und was macht das jetzt? Ihr seid Erkunder. Okay. Gut. Also ich habe einen Buff bekommen. Keine Ahnung, was der Buff jetzt großartig macht. Außer die Sprechblase. Vielleicht, wenn ich irgendwie einen Kampf beginne oder irgendwas. Jetzt können wir mal gucken. Ich greife jetzt mal hier in der Normalgestalt irgendeinen Viech an. Ne, dafür sieht absolut gar nichts. Ich habe einfach nur den Buff, dass ich Erkunder bin. Okay. Ja, gut. Also ihr seht schon, das Toy haut mich von den Socken. Ist ein richtig geiles Teil. Und man hat einen Buff-Slot mehr, soweit ich das sehe. Gut. Das war es eigentlich schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, dass ihr euch auch ein Toy mehr für die Sammlung holen konntet. Und ja. Dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tala. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.